Sonntag, 20. Oktober, 15.30 Uhr, Aachen, ein Rhein-Energie-Stadion, 1. FC Köln gegen Baderborn, 3 zu 0. Timo Horn, Raphael Katz-Schoß, Jonas Hector Kingsling, Insbue, Sebastian Bornau, Noah Katerbach, Kingsling, Schindler, Louis Schaub, Elie Skachy, Florian Kainz, Simon de Rode, Simon de Rode, Simon de Rode, Sebastian Schonlau, Luca Kilian, Klaus Jasula, Kai Pröger, Kutali, Christoper, Antwi Adi, Mohamed Dürger, Christian Holtmann, Sebastian Vassiliadis, Babacar Guidi, je Uhrzeit 16.55 Uhr.